Musik 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 Ok Tchak Ist gesetzt? Ja ich hab's gerade mal gefahrt Ich setz gleich, ich lauf wieder auf Ja ein Stückchen weiter weg vom Eingang Nicht, dass es da nicht angezeigt wird, weil es irgendwie eine Hölle ist oder so Ja, da geht's ziemlich ab Ja, du bist doch da, du kannst mich doch beschützen Ah, ok So Äh, was denn? Braucht man dafür eigentlich eine Foundation? Nein, echt? Ich weiß es nicht Ja wahrscheinlich schon Ah Huah 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 Jawohl Ja, dann macht er irgendwie eine Dutch Foundation oder so Ja Ähm Wo ist denn das, wo ist denn das, wo ist denn das Eine reicht hier oder? Ja ja eine reicht Oh Nur von diesem Knockback von diesem blöden Jedi ey Schubt er mich da einfach runter So und ich muss da absteigen, ansonsten wäre der Dino durch Fallschaden gestorben Willkommen Willkommen Kann ich? Ja Ja wunderbar, gut angezeigt RIP RIP Das ist so geil, du sind steigst aus dem, aus dem, aus dem Felsen, also aus dem Stein Ok Jetzt könnte dir halt etwas kalt werden oder? Könnte ja 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 Ich weiß nicht wo die Leiche liegt, ne? So irgendwo hier, ne? Hier Ach da vorne Puh, ok wenigstens kein Verlust Achtung Spinne Äh ja, verteidig ich mich mal, ich muss mich mal anziehen Ok Gut Geht wieder Wunderbar Ja was sagt das mal raufen, müsste ich mich wieder raufen Guck mal hiervon ist der T-Rex Oh Oh Hä Cool Oh, ein Ölfessel Ist das riesen Teile? Ja Cool Ok Jetzt sieht man die T-Rex besser Das ist ein Rest, oder? Das Rest, ja Das Rest, ja Krass, ja Das ist immer ein Viech Ok, wir gehen erstmal unten lang, ne? Danach können wir hier oben gucken Ah ok, hier geht's hoch Äh Äh Hä 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 Danke fürs verteidigen Hätt mich echt getroffen, wenn der jetzt weg wäre Sind wir jetzt wieder oben? Hm 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 Das hatte Fakt Oh, dann guck einen an Puder unten zuhörer, kann schön Kann schön was los Achtung Spinne So erstmal sechsmal looten das Ding Nope Nope Vielen Dank. Nichts hier zu abkackt, bitte. Wieso abkackt? Ja, dass es mich rausschmetzt. So, ich habe es zweimal. Oh, da, da, da. Oh, tu wieder alter Killer. Lass mich noch mal snipern, die ganze Zeit nicht gesnipert. 1029 ist schon geil. Wow, da kommt ein ganzes Arsch voll um die Ecke. Was haben wir ein Artefakt? Das könnte auch ein Drop sein. Geh erstmal zurück zu dem Artefakt und hol das auch noch zweimal. Das ist ein Drop. Das ist eine überragende Axt. Das ist eine überragende Axt. Das ist eine überragende Axt. Ah, hier vorne gibt's einen Beute, zu, schnell holen Sie ihn Na, nix von Destinieren, blöder Scherz Kennst Desti? Ne Ist nicht schlimm Zockst du nur ein PC eigentlich? Ja Oh, okay, das liegt Gibt's auch für PC Ja Und seit neuestem auch für Xbox Ja, klar, danke Nio Haben wir jetzt alle? Sorry Haben wir jetzt alle? Ne, ich nicht Du noch gar nicht? Ne Ich bin jetzt mal ein bisschen hmmm Wenn wir wieder zurück sind machen wir Natascha und Diego Babys Yeah Zumindest eins Kann ja sein dass Zwillinge rauskommen Das wär ja schön Ja ist ja aufwendig Das ist nicht aufwendig Das ist schön Stagmod Ah the fuck das Himmel her Ja ist schon geil Ja Himmel Arsch und Zwirn Ha 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 Ähm Oh Natascha ist noch nicht ketten Ne Da geht nur was Da geht nur was Ja mach noch ein bisschen was auf Gewicht dann Hallo kleiner Zwerg Ja ist jetzt die schwächste Katze Ha 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 Mal sehen vielleicht ist er ein Baby besser Also du darfst ruhig mal Natascha reiten wenn du unbedingt willst Naja vielleicht ist er ein Baby dann cool Ach bitte Das Baby wird er dann auf Level Vielleicht auf Level 300 wenn es gut läuft Okay Und dann halt nochmal Level oben drauf Und es wär ja geil Ja So na dann gehen wir weiter Mhm So jetzt ist die Frage Gehen wir jetzt hier unten lang oder gehen wir hoch? Ich würd sagen wir gehen jetzt mal unten lang oder? Ja Hast du aber die Feinde sind da unten oben? Ja ja Äh Ich möchte wieder keinen Plan Ich komm zurück Zurück? Ich komm zurück zu dir Achso Geh dahin wo du grad warst Wo bist denn du? Ich geh da runter um meine Ecke Hä? Nein Falsche Rüchte Okay Komm mal wieder zum Artefakt hoch Da gehts links ja? Ja da gehts aber hoch Deswegen war meine Frage ob wir erst hoch gehen oder runter Guck mal da vorne ist ein Loch in der Decke Ach ja? Ist er jetzt hochgegangen oder was? Nein Na komm doch nicht drauf Also außerhalb mit'n Haken Das hat er mir vorbeigeritten Wir sind bei dir eigentlich Du bist weg Zurück laufen weil ich's eben gebraucht hab Ich bräuchte mal Hilfe Ja ich mach ihn ja schon Oh das sind ja ein paar Wäldchen Oh Alles weg? Aber wir sind wieder am Anfang Kann das sein? Eigentlich nicht Ich würd wirklich ein paar Sachen aufschauen Das ist doch Das war's bei uns oder nicht? Also nicht Cool Tobi ich meinte dich Ich glaub ich lauf grad einmal im Kreis Ja das ist voll verrückt Ja ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen Ja bist du jetzt dann wieder bei uns? Seid ihr rechts da hoch oder seid ihr unter die Brücke durch? Da war ich auch Ja du bist ja weg von uns Ja du bist ja weg von uns Warte ich komm zu euch So kommt man mit hier hinter? Ah weg Kackt der mir vor der Nase Kackt der mir vor der Nase Abgehen Nein kann man aber nicht sehen So dann gehen wir einfach statt hier zum Artefakt Gehen wir einfach mal hier hoch Boah ich hab hier die ärgsten Grafikfehler Boah ich hab hier die ärgsten Grafikfehler So Also ich verliere hier eigentlich gar kein Leben ne Die sind nur so schnell down So hier sind Ölfelsen und alles sowas Ich glaub hier waren wir noch nicht Warte ich muss noch Tasche Ich muss noch ein bisschen Fleisch reinstecken Raus Was raus? Böser Mann Nee aus der Hülle Nein Böser Mann Boah Scheiße das war und woherzu? Ach hier hier ist lasse ich verberger Axel hier ist das Loch wo man nach unten geht Ah das ist das Loch wo man nach unten geht Wahnsinn Ah ok Noch weiter hoch Noch... Bunte Ich häng schon wieder irgendwo Scott Moni und Longnet Rival Wahh, Ascendant Ascendant Ascendant? Geil Ja Wo bist du denn schon wieder? Schon bist du los Das ist doch eine Kacke wenn sie sich immer alle entfernen Zettel Oder Drop Geht's da links auch rüber Ich glaube das ist da wo... ich glaube da gehts ganz normal wieder... Ah... der haut mich runter Schon wieder Es ist genau dieselbe Stelle glaube ich Muss ich wieder runter gemacht Ok ich komm wieder hoch Ja und da hast du ausge Dann haben wir die Höhle jetzt einmal durch oder? Ne da gehts noch weiter hoch Ok dann warte doch nicht Nicht immer abhauen Nicht immer abhauen So ich bin da Da gehts nochmal hoch Na dann hoch da Komm ich hier Ok Tobi warte mal Tobi warte mal Sag doch Bescheid Bescheid Das ist ein bisschen Was ist das Ach das ist das Fass Das ist das Entschuldigung Ach das ist das Fass Ach das ist das Vielen Dank.